Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Destiny 2 von mir, ich bin Exos und in diesem Video gibt es mal wieder den lieben Xur, wo er dieses Wochenende steht, mittlerweile ja immer auf dem Turm, das heißt hier auf dem Türmchen beim Bazaar ist er, das ist gegenüber von Ikora und wir schauen uns an, was er dabei hat, das heißt eigentlich ist es mehr eine Empfehlung, was man bei dem guten Xur holen sollte. Also, Xur hat ja dann das neue System, wenn wir hier seltsame Münzen ausgeben, steigen wir den Rang und kriegen hier die Prämien, das dürfte soweit klar sein, dann schauen wir uns das mannigfaltige Angebot an, er hat für die Acreus den Katalysator dabei, das macht die Acreus, das ist eine schwere Schrotflinte in einem Powerslot, macht sie extrem stark oder sehr sehr stark. Das liegt daran, da die Munitionsgröße hier erhöht wird und allgemein wird die Waffe dadurch stärker, das heißt, wenn ihr die Acreus habt, wenn ihr sie euch geholt habt, hier könnt ihr jetzt den Katalysator holen, das ist ziemlich nice. Dann für die Mida, das ist nett, wenn man sie holen möchte, wenn man sie noch nicht braucht, ist aber kein Must-Have, die Mida wird nicht mehr so viel gespielt und daher braucht es den Katalysator theoretisch auch nicht mehr. Aber es gibt sicher Leute, die zwischendurch mal gerne die alten Waffen auspacken und mit denen rumrennen, da macht es natürlich, ist schön zu sehen, dass es wieder drin ist. Gut, dann für die Jäger mit einem 66er Gesamtwert, die Galano-Bruchstücke. Ja, normalerweise würde ich sagen, Mobilität ist nicht so gut, bei der Jägerklasse mache ich aber eine Ausnahme, weil die Geschwindigkeit der Klassenfähigkeit, also die regeneriert dann schneller, 66 ist in dem Fall sogar gut. Gut, und wenn wir, ja ich lese es schnell vor, Wurfmesser, Todesschüsse verringen die Abklingenzeit, deine Supertreffer und Todesschüsse mit Klingenfeuer geben Superenergie zurück, nachdem die Super endet. Es ist so, wenn ihr hier jetzt die Super spielt, das ist das Klingenfeuer, über Solar und ihr tötet Feind, ihr kriegt den Teil der Energie wieder zurück, auch nur wenn ihr Schaden verursacht. Die sind und waren eine Zeit lang extrem gut, mittlerweile gibt es andere Exos, die ein bisschen häufiger gespielt werden, ich bin aber der Überzeugung, dass die eines Tages wieder richtig gut sein werden, je nachdem wie es gepatcht wird. Es macht also Sinn, wenn ihr sie gar noch nicht habt, dass ihr sie holt. Ihr könnt sie für PvE sehr angenehm brauchen, weil ihr wirklich häufiger die Super einsetzen könnt, ich finde sie sehr cool, gerade wenn man gerne mit Klingenfeuer unterwegs ist. Dann für die Titans mit einem 67 Gesamtwert und einer anständigen Verteilung, also Mobbiof 2 ist super, 67, alles andere ist dann dementsprechend gut verteilt. Erholung, Disziplin, wissen wir wenig Belastbarkeit, aber ich würde es trotzdem mitnehmen. Erhalte eine zusätzliche Granate, Granatentodesstöße erschaffen eine Sphäre der Macht. Es ist so, dass wir hier natürlich Doppelgranate spielen und ein bisschen mehr Sphären der Macht erschaffen. Jetzt werden die ein oder anderen fragen, ja bei Nexus, du kannst doch auch einfach über die Mods bei der Rüstung, kannst du reinmachen, dass Granatentodesstöße eine Sphäre der Macht erschaffen. Das ist richtig, aber die Intensität, mit der die Sphären der Macht einem super Energie wieder zurückgeben, ist unterschiedlich groß. Es gibt sehr, sehr starke Sphären der Macht, die geben einem sehr viel Energie zurück und da gibt es schwächere. Wenn ihr also hier die Mods noch mit rein kombiniert und dann über die Rüstung schon diese Fähigkeit drauf habt, dann kriegt ihr von der Sphäre mehr zurück. Das heisst, ihr erschafft mächtigere Sphären der Macht. Ich formuliere es mal so, ja. Gut, dann Doppelgranate ist eh klar. Das heisst, im PvP kann man das gut spielen, um Doppelgranate zu verwenden. Ihr könnt schöne Builds bauen, um Doppelgranate zu verwenden. Zwei Granaten zu haben, ist nie falsch. Das macht immer Sinn. Von daher meine Empfehlung, die zu holen. So, dann für die Warlocks. Mit einem unglaublichen Wert von 69 wäre sie theoretisch ja ganz cool, aber die Mobilität auf 25, die löscht mir persönlich ab. Deswegen würde ich sagen, wenn ihr Warlocks spielt und ihr habt sehr, sehr gerne viel Mobilität, dann holt sie euch. Ich persönlich würde sie nicht holen. Das ist mir zu viel Mobilität und man sieht auf Kosten von den anderen Werten, die Warlocks würden jetzt zum Beispiel über Holung noch sehr gut profitieren. Also wenn jetzt Holung sehr, sehr weit oben wäre, wäre okay, weil da die Klassenfähigkeit, also das Rift regeneriert schneller, aber Mobilität ist es für mich nicht. Die Exo an sich ist ganz cool. Nahkampf, Todesstöße und Finisher gewähren sofort Heilung und gewähren für kurze Zeit Wiederherstellung. Ihr habt hier eine Exo, die euch im Nahkampf sehr schwer zu töten machen. Es gibt interessante Builds mit dieser Exo, die ihr im PvE verwenden könnt. Da seid ihr als Warlocks sehr, sehr viel im Nahkampf unterwegs und man kriegt euch fast gar nicht mehr klein. So viel dazu. Mit der Werteverteilung würde ich es aber nicht holen. Ich finde, es ist deutlich zu viel Mobi. So, dann, wir könnten Vorhutengrahmen holen, wenn wir wollen. 31. Und was sehr, sehr cool ist, leider nicht unbedingt die besten Werte hat. Wir haben hier einen Helm mit kunstvoller Rüstung. Warum ist das spannend? Nun, Helme, die, oder Rüstungen allgemein, die kunstvoll sind, haben neben dem, dass sie den Slot hier haben, auch noch einen Zusatzslot hier, wo man einfach drei Stärke für eine x-beliebige Ding kriegt. Das heisst, wir haben theoretisch eine Rüstung mit einem Wert von 63. Dadurch, dass sie aber kunstvoll ist, wäre sie ja theoretisch 66. Wenn sie jetzt nicht so viel Mobilität drauf hätte, dann würde ich sagen, die kann man sich gönnen. Aber da es ein bisschen viel Mobi ist, rate ich da eher davon ab. So, wir schauen noch ganz kurz, was der Warlock hier Schönes drin hat. Auch der hat, uh, 65. Ein 65er Helm ist auch kunstvoll. Den würde ich mir, glaube ich, sogar holen, obwohl die Mobilität ein bisschen hoch ist. Aber ihr müsst jetzt immer gegenrechnen, ne? Ihr habt ja theoretisch noch drei Punkte mehr, die ihr hier dazu kriegt. Das heisst, wir wären hier natürlich deutlich höher. Und können da noch ein bisschen bestimmen, in welche Richtung wir das holen. Die Warlocks, da würde ich sogar sagen, holt euch die. Die ist aktuell tauglich. Ja, einen Moment, jetzt hier, 63. Ja, jetzt haben wir bei den Jäger das, das, ja, der Grund, dass die Mobilität hier durchaus sinnvoll ist. Auch hier könnte man sagen, kann man holen. Kunstvolle Rüstung ist halt aus dem Grund ganz spannend, weil man ein bisschen stärker die, ähm, die Sachen bestimmen kann, wo was reinkommt. Und ihr eben theoretisch, also, ihr könnt auch hier eine extrem hohe Wertung haben, plus die drei, die ihr noch über das, über den Mod kriegt, ne? Und dann natürlich das, was ihr normal in die Mod-Fassung noch reinmachen könnt. Äh, kunstvolle Rüstung ist Gold wert. Ganz einfach. Kunstvolle Rüstung ist absolut Gold wert. Ja, Warlocks würde ich es empfehlen. Jäger würde ich es jetzt auch noch empfehlen, wenn man die Münzen übrig hat. Titan würde ich davon abraten. Gut. Dann, ganz, ganz wichtig, hier, ne? Die Exo-Quest für den exotischen Code. Den würde ich so oder so machen. Der bringt viel. Da kann man dann bei Raoul schöne Sachen holen, wenn man soweit ist. Den muss man auf Level 3 leveln. Da werde ich wahrscheinlich noch ein separates Video machen. Dann haben wir hier das Treueprogramm, wenn ihr sehr, sehr viele seltsame Münzen ausgegeben habt, dass ihr auch mehr Münzen kriegen könnt, falls ihr hier noch Ressourcen tauschen wollt. Ich muss persönlich sagen, ich würde das eher nicht machen. Hier würde ich zum Beispiel jetzt sagen, okay, drücken wir mal ein Auge zu. Wenn ihr zum Beispiel extrem viele seltsame Münzen habt und ihr wisst nicht, wohin damit. Oder ihr habt zum Beispiel 99, 99 seltsame Münzen dürften ja das Maximale sein, was ihr tragen könnt. Dann könnt ihr das hier ein bisschen großzügig raushauen. Auch hier aus diesen seltsamen Geschenken ist laut Chat, laut meinem Chat auf Twitch und laut YouTube teilweise echt gutes Zeugs drin. Ich habe noch nie was Gutes drin gehabt. Ihr könnt gerne mal die Erfahrung in die Kommentare schreiben, was ihr euch Schönes herausgegönnt habt, falls was Gutes gedroppt ist. Also, dann das allgemeine Angebot. Wenn ihr genug seltsame Münzen habt, könnt ihr hier ein zufälliges Ding ziehen. Dann haben wir die Falkenmond. Die ist eigentlich ganz nice. Im PvP wurde sie eine Zeit lang gerne gespielt. Die Fähigkeiten sind auch ganz cool. Mir geht es mehr darum, dass ich hier schnell die Fähigkeiten zeige. Dann haben wir die Scharlach. Die ist cool, weil sie Gesundheitsregeneration hat. Ist eine Drei-Schuss-Handfeuerwaffe. Und wenn ihr Präzisions-Kills macht, dann wird das Magazin aufgeladen und Kills heilen uns. Das heißt, ihr seid ziemlich viel schwieriger zu töten. Die Unbarmherzig ist ein interessantes Versionsgewehr, das eine Zeit lang im PvE gerne gespielt wurde. Denn Nachladen sofort nach einem Kill erhöht den Schaden für eine kurze Zeit. Und Projektiltreffer verringern für kurze Zeit die Nachladezeit dieser Waffe. Also, das heißt, ihr steht vor einem Boss und ihr ballert einfach auf den drauf. Und die Nachladezeit wird immer verringert, dass ihr also die Impulse schneller rausgeben könnt. Das ist nicht Nachladezeit, sondern die Ladezeit. Entschuldigung. Und dann ballert ihr, ballert ihr, ballert ihr einfach sehr, sehr schnell raus. Und macht in kurzer Zeit eigentlich recht viel Schaden für eine Waffe im Energieslot. Also im Spezialslot, meine ich. Dann, Königinbrecherbogen. Ja, würde ich jetzt nicht mehr so wahnsinnig empfehlen. War eine Zeit lang im PvP extrem stark. Gerade in Gambit wurde sie verflucht, wurde genervt. Mittlerweile ist sie ganz witzig, weil sie Feinde blenden kann. Also, wenn ihr sie trefft, da kann man, wenn man möchte, mit Arcus natürlich eine kleine Kombination basteln. Aber es ist nichts, wo ich sagen würde, es ist ein Must-Have der Zeit. So. Bevor wir hier über die Waffen drüber gehen, ihr wisst Bescheid, mein Werbepartner Howly. Die machen leckere Energydrinks und natürlich auch leckere Eistees und Hydrationdrinks. Schaut da sehr gerne mal vorbei. Könnt ihr bestellen, isst ein Pulver, mit Wasser anrühren. Und dann könnt ihr einen schönen Energydrink oder Eistee herstellen. Die haben super viele verschiedene Geschmäcker. Schaut da gerne vorbei. Die haben auch Probierpacks. Könnt ihr euch mal ein Probierpack holen. Mit dem Erstkaufrabatt könnt ihr noch 5 Euro sparen. Dann könnt ihr da mal durch die Geschmäcker durchtesten. Also euch durchtesten. Und wenn ihr sagt, hey, das schmeckt mir, dann könnt ihr eine größere Box holen und eine größere Bestellung aufgeben. Und wenn ihr sagt, das ist nichts für euch, dann habt ihr nicht viel Geld ausgegeben. Dafür sind die Probierpacks da. So. Bei den Waffen gehe ich die Sachen durch. Dass ich sage, das finde ich gut, das finde ich nicht gut. Wenn ich nichts dazu sage, dann finde ich es in der Regel nicht so der Hit. Ja, Frissrausch ist ganz nice. Aber mit Dreschen bin ich jetzt nicht unbedingt der Fan. Da gibt es andere Sachen, die sind besser. Dann Wahrheitssprecher. Ja. Ich finde fast alle Granatwerfer, die nicht noch eine Selbstladehalte haben, uninteressant. Oder zumindest ambitionierte Assassine. Also, dass sie im Hintergrund automatisch laden, ohne dass ich laden muss. Ja. Dann haben wir hier die. Die könnte man sich theoretisch craften. Die Waffe ist eine craftbare Waffe. Von daher weiß ich nicht, ob man sie hier unbedingt holen muss. Wenn man genug Blaupausen hat, kann man die einfach herstellen. Ja, Libelle ist zwar ganz nett. Aber da es eine Waffe ist, die man herstellen kann, sage ich ihr mal nein. Gut. Schnappschuss auf dem Granatwerfer ist eine Schnaps-Idee. Deswegen gehen wir direkt weiter. Schnappschuss auf dem Granatwerfer, schön. Ähm, ja. Auch der Raketenwerfer, leider nicht so der Hit. Das sind nicht die Perks, die ich haben will. Einschlagsgehäuse wäre jetzt noch ganz witzig, ob er da hier schadentechnisch nichts hoch geht. Oder Munitionsreserven-technisch würde ich hier sagen. Nein. Nein. Ja. Das ist, die Kombination ist gar nicht mal so bad. Ich weiß jetzt nicht, was der Einzelschadenwert von der Waffe ist, aber Wirbelklinge mit unablässiger Treffer ist eigentlich ganz gut. Also schneller Schwertreffer hören den Schaden der Waffe. Wenn er es auf dem Bots einprügelt, ist das natürlich schon ganz gut. Dann theoretisch drei Treffer. Ja, ich würde es mal so sagen. Wenn ihr noch kein gutes Schwert habt, noch gar keins, und ihr braucht eins, das einigermaßen Schaden macht, ich glaube, die hier könnte was sein. Würde ich so mal stehen lassen. So, dann die Rüstungen. Hier haben wir 65er Gesamtwert, das für einen Titan mit 25 Mobilität würde ich die Finger davon lassen. 68er Wert ist zwar mega geil, aber 16 Mobilität finde ich ein bisschen hoch. Auch mehr was für Titans, die gerne Mobilität spielen. Ich persönlich bin kein Titan, der Mobilität spielt. Dann 64er Gesamtwert mit 18 Mobilität würde ich die Finger davon lassen. 65er Gesamtwert mit 14 Mobilität, auch tendenziell eher die Finger davon lassen. Hier können, ich sage es mal so, bei der Brust könnte man jetzt noch eine Ausnahme machen. Lasse ich mal so stehen. So, weil das gewünscht wurde, schauen wir noch schnell den Warlock an. Beim Warlock haben wir folgendes. Einen 64er Gesamtwert mit mir persönlich zu viel Mobilität. Ich muss, glaube ich, hinten rum anfangen. Ja, ist besser zum Klicken. So, 64er Gesamtwert auf den Füßen. 18 Mobi, sage ich nein. 66er Gesamtwert mit 12 Mobilität würde ich eine Ausnahme machen. Ist okay, kann man arbeiten mit. Und 67er Gesamtwert mit 12 Mobilität würde ich auch sagen, kann man eine Ausnahme machen. Mir persönlich aber immer ein bisschen zu viel Mobi. Ich habe es lieber auf den anderen Werten. Das wisst ihr, glaube ich, mittlerweile. So, dann der Jäger, 66er Gesamtwert. In extrem viel Stärke. Wenn ihr ein Stärkebild baut, ey, klar. Es gibt ja mittlerweile durch Prisma ganz interessante Werte, also Kombinationsmöglichkeiten, wo ihr in den Nahkampf geht. Da ist vielleicht Stärke mit einer hohen Regenerationsrate gar nicht mehr so wert. Könnte man sich dafür gönnen. Helm, 66er Gesamtwert mit wenig Mobi. Und jetzt haben wir das Problem, dass wir hier halt eben beim Jäger sind, der ja von Mobilität eigentlich ein bisschen lebt. Dadurch, dass er dann die Klassenfähigkeit häufiger einsetzen kann. Ja, ich würde es trotzdem holen. Man muss halt vielleicht nur die Mobilität ein bisschen ausgleichen. 66er Gesamtwert könnt ihr auch nehmen. Völlig in Ordnung. Der Jäger hat halt da den Vorteil, dass er wirklich nahezu alle Werte brauchen kann. Belastbarkeit braucht jeder Klasse. Mobilität ist für seine Klassenfähigkeit zuständig. Erholung kann man, also könnte man vernachlässigen in dem Fall. Bis die Intellekt und Stärke dürfte klar sein. Disziplin wäre aber, glaube ich, immer am interessantesten von den Werten her. Gut, das war der Werte Xur. Er ist ein bisschen ausführlicher, weil er natürlich auch mehr Sachen dabei hat. Ich schwafel gar nicht lange drumherum. Schaut bei Holy vorbei. Lass ein Like da. Gebt gerne Feedback in Form eines Kommentars. Und am Ende bleibt mir nur noch zu sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Live-Stand auf Twitch oder im nächsten Video auf YouTube. Bis dann. Wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank.